Es geht weiter in diesem dunklen Raum, in dem wir Zipfakul und andere tolle Stalten der Macht abschlachten, jetzt auch in ihrer Nähe. Gut, der ist auch weg. Komm auf! So, du bist auch tot. Ja, noch eine Tour. War's das? Ja, dann ist gut. Einmal wieder an. Nee, falsche Tür. Was ist das für ein Ding? Bin ich hier richtig? Ach, das passt schon. Komm, wir gehen jetzt da weiter, wenn es wieder zurückgeht. Jo, das ist richtig, denke ich mal. Nichts, wenn wir ein Wörtchen mitzureden haben. Ei, ei, ei. Irgendwo ist? Wer? Der ursprüngliche Starkiller. Wir wissen noch nicht, was genau geschehen ist. Ich sagte doch, niemand kann einen Jedi klonen. Ja doch, der kann das. Fertig. Boah, ey. Gut. Nächster Versuch. Erstmal machen wir das hier leer, ey. Hier auf den Stillgelegenen sind meistens ein paar Gegner drauf. Wie wir sehen. Aber ich stürze ja sowieso ab. Okay. Neuester Versuch. Ja, danke. Drei auf einmal. Die können ja sogar schießen. Hier auf den Bewegenden sind meistens keine. Hä, was ist das denn? Na egal. Aber irgendwer hackt hier trotzdem noch rum. Ja, okay. Und nächste Etage. Lass uns hier nicht allein. Nein, mach ich nicht. Hör zu, du schaffst es nicht allein. Und wir können diese Anlage auch nicht allein. Nein, nein, zusammen schaffen wir es. Nein, nein, nicht da runterwerfen. Das hatte ich nämlich da ran. Gut. Einmal da runter. Und hoch. Und jetzt kommt was Geiles. Ja, hallo, was sind wir denn hier am Aufzug von Ikea? Schön ist es hier. Ha, weil ich schlussregal kaufe ich mir denn wohl als erstes. Aber für diese Sequenz nehmen wir uns schönere Lichtschwerter. Ihr wisst, dass ich grün mag. Und dass mein Kanal etwas orange ist. Da, denke ich, ist diese Kombination. Ist der orange? Nein, 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 der ist grau. Hä? Ah, ich nehme einfach beide grün. Das sieht sehr traditionell aus. Geh nicht allein da rein. Was hat geil gemacht. Der dunkle Lord wartet auf dich. Sie ist ganz nah, General. Ich kehre nicht um. Wir verlieren dein Signal, Starkiller. Warte. Genug Diskussion. Ich muss es tun. La 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 la. Juno? 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 Halt sie. Juno? Sag jetzt was! La 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 la. Ich besege dich. Erinnerung eines Toten. Jo. Gut, weiter geht's. Vader! Weit euch! Juno! Juno, ich bin's! Juno, bitte! Okay, jetzt kein hinmehr. Du bist Vedas Marionette. Ein Körper, gefüllt mit den Erinnerungen eines Toten. Vader! Was habt ihr mit ihr gemacht? Nee, wir auf sind nur. Warum habt ihr sie gefangen genommen? Und zack. Du musst hassen, was er geliebt hat. Jo, mach mal. Okay. Egal, Klo. Ich kann ja nicht mehr atmen von den ganzen... Ich kann ja nicht mehr atmen. Ich kann ja nicht mehr atmen. Jo, das sind die Klone. Müssen wir uns nicht weiter angucken. Ich hab wohl so ein bisschen was... Ey, das find ich geil gemacht hier. Vor allem mit diesem... Die Lichtschwerter sehen da geil aus. Jetzt kommt sowieso noch einmal hier vor der Tür, würde ich sagen. Zack, zack, zack. Ob mache ich auch das immer schnicht. Und Rainer. wie geht's los geht zum entbettel ich bin ein klo ich auch ich auch ich sehe aus wie eine rückkehr war doch nur eine frage der zeit jetzt wirst du dich mir unterwerfen oder du stirbst hier wo du erschaffen ist ja guck mal und los geht's okay der typ ist ein bisschen zäher und wursch als schickt er hier seine besoffenen klone auf uns der herr vader tötet ihn ich werde immer dein meister sein und du wirst immer ein sklapp geile musik einen kann ich mir jetzt auch boah die musik ist so geil du 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 moinzen man mag gelna mit seinem fishing ding hier ich ja Aber jetzt in der nächsten Folge, mir hat Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal.